Ethical Banking, zu Gast heute in Velturns beim Radarhof, beim Norbert Blasbichl. Hallo Norbert, wir sehen heute ein weiteres Finanzierungsbeispiel aus der Linie Biologische Landwirtschaft. Norbert, Radarhof, woher kommt denn die Bezeichnung und erzähl uns ein bisschen was du da am Hof machst. Ja, der Name Radar stammt aus dem Retro-Manischen, weil der Hof selber ist schon 700 Jahre alt und im Eisertal ist auch noch Retro-Manisch gesprochen worden. Und das Radar ist auch verwandt mit dem lateinischen Rotarius, was so viel bedeutet wie Scheibe rundes Feld. Und deswegen ist unser Logo das, was wir auf die Etiketten drauf haben, eben das Radl. Und was passiert jetzt am Hof da? Ja, wir vom Hof her sind ein gemischter Betrieb, relativ typisch für unsere Gegend da. Und ein Schwerpunkt bei uns ist heute der Weinbau, Obstbau, dann haben wir eben Edelkastanien, ein bisschen Tierhaltung, wo wir Mutterkuhhaltung machen. Wir verarbeiten relativ viele Produkte hier am Hof. Und die haben eben mit denen selber verkauft. Und das alles nach natürlich biologischem Anbau? Ja, ich habe einen Betrieb vor 15 Jahren von meinen Eltern übernommen und danach gleich auf biologischem Anbau umgestellt. Ich bin seit 10 Jahren Bioland dabei. Und ja, da versuchen wir eigentlich so natürlich wie möglich im Einklang mit der Natur einfach zu arbeiten. Es ist bei uns da so und es ist mir auch sehr wichtig, einfach mit unseren Produkten direkt zum Konsumenten hinzukommen und vor allem noch ein Feedback zu kriegen. Und ich glaube, ich bin so, für mich ist das einfach wichtig, dass das Landwirt, Konsument, jetzt in unserem Fall auch die Gastronomie, also nicht einfach eine Einheit bilden, wo bis zum Schluss jeder mit dem Produkt dann zufrieden und glücklich ist. Was für unsere Spora ja ganz wichtig ist, für was ist die Ethical Banking-Finanzierung verwendet worden? Ja, ich habe 2006, 2007, 2008 gebaut. Das heißt, wir haben 2006 eine neue Brennerei eingerichtet, wo wir eben unsere Früchte zu Destillate verarbeiten und eben nachher eben 2007, 2008 auch in so einem Weinkeller saniert und hergerichtet und vergrößert und da sind mich eben die Finanzierung hergenommen worden. Was für RENK oder für die wahrscheinlich ja auch große Hilfe war? Ja, logisch nicht, weil ich meine, wir wissen alle, dass in der Landwirtschaft Eigenkapital-Mangel war ich überall und deswegen sind wir schon ganz froh gewesen um die Finanzierung, weil einfach man weiß, wo das Geld herkommt. Man zahlt auch ein bisschen weniger Zinsen, was ja vorteilig ist und man weiß auch danach wieder, wo das Geld zurückgeht. Ja, richtig. Gut, nach der Vorschläge schauen wir uns in den Weinkeller und die Brennerei. Ja, das sind jetzt unsere Produkte, die aus den Investitionen, die wir in den letzten Jahren tätig haben, eben herausgekommen sind. Die Weine sind sehr wichtig, aber auch die Destillate, unser Hauptprodukt ist die Edelkestane, das ist eigentlich die Spezialität, die wir da machen und auch einen großen Teil von Inseln-Umsatz machen. Ja, dann hoffen wir, und da gibt es den 2003. Und das ist eine wichtige Einrichtung, da wir hoffen, um einfach wirklich einen großen Teil von Inseln-Umsatz zu machen. Da sind wir jetzt in unserem Weinkeller da. Wir bearbeiten zur Zeit zwei Halbhektar Weinbau. In unserem Weinbau ist alle zwischen 750 und 100 Meter Meereshöhe. Das ist einerseits für die höchsten Weingüter hier in Südtirol. Und bauen eben aufgrund dessen auch ziemlich viel Weisswein um. Unsere Hauptsache ist der Müller-Durgau und der Kerner. Aber daneben haben wir auch ein bisschen Rotwein, was eben Zweig und Blaubon daraus macht. Den Keller haben wir eben mit der Finanzierung von Edical Wanking 2006, 2007 und 2008 schrittweise eben umgebaut und realisiert. Und es ist zur Zeit so, da soll ja ein bisschen dazukommen. Und ich eben im Weinbaubetrieb, wenn man so die Weinbaufläche noch ein bisschen ausbauen möchte. Und eben mit der Weinbaufläche halt logisch einen Keller eben im Westen zu machen hat mit Fässern und so weiter und so fort. Ja, das ist unsere Schnapsbrennerei da. Wir arbeiten mit Schnaps seit dem Jahr 2000. Wir haben von 2000 bis 2005 in Bozen brennen lassen. Und 2005 haben wir am Anfang mal so grundsätzlich überlegt, wo der Weg hin soll. Ob wir weiter mit Schnaps arbeiten oder nicht. Aber mittlerweile ist das Produkt eben recht wichtig geworden, auch für unseren Hauptfladen. Und dann haben wir uns eben entschieden, die Schnapsbrennerei da einzurichten, die Anlage zu richten und eben die Investition zu machen. Das Interessante und Spannende beim Schnapsbrennen ist das, dass ich einfach versuche, aus den Früchten, die was da bei uns da wachsen, die Essenzen herauszuholen. Das heißt, mein Anspruch ist der, dass das in Gläser noch, dass man auch verschiedene Früchte von Schnaps, oder halt in Schnaps noch erschien die Früchte von, äh, ausgerichtet mit dem, was man verarbeitet hat. Und ich glaube, dass Schnaps war uns für die hochwertigsten Genussmittel ist, was wir haben. Und deswegen versuche ich einfach, dass die Produkte so gut wie möglich zu machen. Das heißt, verarbeiten die mir nur hochreifes, sehr gesundes, sauberes Obst. Das, was wir selber produzieren. Und, äh, das wird dann auch im Nachbrennvorgang gelagert und die Schnaps werden dann auch alle mit, äh, nur mit, äh, gutem, äh, Quellwasser verdünnt, bevor es sich dann in die Flasche gefüllt wird. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.